ja also wurde für die Karte vor uns ist oder was er oder ohne 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 Prozent die Fofi ist meine erste Runde mal auf ja egal Fofi wenn du mal die jetzt noch so neues Auto neues Glück Fofi aber nicht mal ich krieg nicht mal den Torbostart hin ja die Karte ist mega wir haben jetzt keine Bots ein Geschenk perfekt ey ich fall ich muss jetzt schon an die Rakete laufen oh nein ey ich fau auch noch Map ey wieder Pilze ey was ist so Mann wer war's rohrt Digga was mach ich denn da ich hab ich erstmal wieder rein ey mehr hat das geht nicht abgefeuert mehr hat das geht rohrt der Jode Mann das war das der Boomerang sagt oh kein Geschenkkammer ey wo hat alles der Boomerang tröte das alles das halbe 70 auf ich hab dich gerade erst überholt dann die Digga wer ist der Jode neben mir Mann ey ich was willst du man komm 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 nicht wieder brechen nicht wieder brechen die ganze Zeit sechster Bruder was ist denn rohrt was ist denn rohrt machen wir um 20 die ganze Höhle ganz Höhle ganz Höhle ganz Höhle ey 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 ich bin nicht auf den Sack Mann Digga da ist so viel wieder gut oh kein Geschenk ja perfekt wer ist der Erste wer ist der Erste oh nein egal ich bin eher am Arschbrill kein Problem Danny Danny nein Danny nein Danny nein ey Bro du bist eingefahren du bist eingefahren ich schwöre es ist zum Kotzen Digga krieg ich hier vielleicht auch mal was zum attackieren Digga ich hab noch nicht einmal was zum attackieren ja ja wieder Pilze mein Arsch ach Digga als Sechster hab die Kuriose haltet eingestellt oder sei die und hab ich hab ich hab ich hab ich ja und wieder Pilze leck mich am Arsch ne ach es ist wirklich Digga es ist einfach ganz bitter ich sag's schon wie es ist Chat du musst keine Chance werden Digga bitte ist Zipter zu sein Mann PILZE MAN DIGGA nur Pilze in mein Po Digga ja das ist alles von Kotzen ja geiles Spiel geiles Spiel ich darf nicht mal durch die Zielinie funktionieren oh 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 Rohrad man suchst da unten auf dem sechsten oh shit Digga ich krieg nur Pilze in mein Po Digga diese kuriosen Items sind einfach ein Witz ne ist einfach ein Witz Digga ich hab grad die ganze Zeit nur Pilze hintereinander bekommen ich hab die Algorode zum attackieren bekommen nichts wie viele Bombs macht Fünfter hier reicht der Pilze den ich am Pimmel hab weißt du so'n Ding ist das Ey ich wollt grad nicht für uns sagen es war unnötig sorry boys hast du das gesagt? ja aus Versehen ja Digga das werde ich mir auf meine Art und Weise merken nein 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 ich entschuldige mich ich entschuldige mich ich entschuldige mich irgendwann werden wir uns schon wegen Saschan dann gucken wir mal was an ey Jungs zählt doch mal auf ich entschuldige mich doch der nächste Arschmauer ja der Arschmauer den kriegst doch so safe zwei, drei Stück das war schon nur Arschmauer direkt Digga ey ey welcher Idiot man jetzt fällt jetzt nie wieder sein auf so wo hat so'n Hund Digga Alter aber Marcel die Aussprache uns nicht gefallen ich hätte kurz Angst Alter ich muss mich erstmal konzentrieren ah Roman verkauf nur seine Seele für's Doppelgeschenk oh bitte nicht die Bombe da Mann ich fahr aber auch Digga ich fahr aber auch echt schlecht muss ich wirklich sagen egal egal aber am Anfang erster zu sein bringt halt auch eigentlich gar nichts Digga ich würde einfach mal gerne erst sein für's Feeling Digga was fahr ich dir überhaupt noch mit was fahr ich dir überhaupt noch mit ey 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 die Strecke nicht mehr komm 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 Moin Digga als zweiter ne Donation Digga wir haben fucking kurios kurioser Items eigentlich komm mal lang Ja Danny fisch dich Danny du bist die Nutten ach so das ist der andere Danny ah der ist halt der kein der also Bruder oh mein Gott so Nutten haben wir es ach Digga ja ich 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 komm her Sechster was kriege ich? nur Pilze Pilze Digga dieses Game ist ein Witz ich hab da wirklich keinen Bock mehr drauf Digga ich krieg nur Pilze ja jetzt ja super toll und der Stern äh kleiner Hinweis der Stern ist absolut useless in diesem Spiel ne du bist nicht mal schneller dadurch du bist einfach nicht schneller dadurch der Pilz war auf der äh 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 der Stern boah ich steck auf dem dritten drei rote was hättest du denn davon geil also was ist mit den Geschenken los sag das mit dir und Medi wieder mit drei roten ja ja gute Pfarrer und gute Geschenke weißt ja ja hm mhm peter ey da kommt Feuerwelle ich bin so am schwitzen ich bin so am schwitzen pfff aua ey das kann doch nicht sein Digga Kev nein 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 bitte nicht Jungs ey nein die Banane die hat mich komplett aufs genommen Rakete jetzt schickst du als Schlag 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 Senni immer du Richtig Rakete 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 fahr 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 ich kann immer ich bin so georgen ok Solution ist ne da das ist der andere Danny Digga ihr heißt beide Danny ihr habt beide Trennen Digga ist zum konstensten aber ey ist es euch ganz ehrlich Chat ist es euch gerade wieder aufgefallen wie viele Pilze ich immer hab Sascha sind sie nicht der der gegen äh Knossi verloren hat Digga wegen okay mach's halt bitte bitte mach's halt du hast keine Ahnung mach's halt bitte hast du gegen Knossi verloren Sascha Knossi war erster wegen der längsten Rakete der Welt wegen der längsten Rakete der Weltabschlung ok bitte Ruhe ich will die ganze Zeit nur ausreden von dir Sascha auch immer blinde Hühner finden im Korb echt starker Spruch hab ich von dir heute noch nicht so gemerkt der einzige der keinen findet ja hab ich schon ich glaub die hab ich noch nie gespielt das ist geil mega nicht mehr ey aber hier gibt es noch keine Rote ich war nur gegen die Wande wahrscheinlich mega die da keine ey ich hab wirklich eine Rote geschluckt ne ungewollt das ist der nicht bis Rote auch nicht so mein Asche ich bestell jetzt vielleicht mal ey Rohrat das muss jetzt nicht sein komm zur Seite ey Digger ich will halt auch einfach gar kein Geschenk wisst ihr ey ich krieg vier Filze ihr habt vier Cups eingestellt ne ohhh das ist toll ja ja ohja nice toll komm 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 gönn wir jetzt mal einmal wie ich krieg kein Geschenk was war das denn komm ne Donation ne ein Siebter ein Geist Digger das sind kuriose Items ne Acht ne Acht ne Acht Gönn doch jetzt mal ohne Acht Digger jetzt bitte Blitz 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 komm gönn Blitzingbär oh mein Gott komm 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 gönn 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 jetzt ist es einfach das ist einfach Pilze wieder Pilze wieder Digger das gar nicht das gar nicht oh richtig big richtig boah die Pilze waren so wichtig am Ende Lech hat dich so gebummst Lech hat dich so gebummst ja das war's oh Roat Sechster Sascha drei Runden drei Punkte stark also die Geschenke die Pilze waren jetzt wichtig aber es ist nicht normal wie viele Pilze ich bekommen Digger okay Kieselad meine Map oh wer hat die gewählt ich hab ich hab Start verkackt ich hab die gewählt das ist kein Geschenk aber es ist auch nicht so wichtig was das kann gut sein Digger hey jetzt mal die Bananen rein was denn hey 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 Roat Sechster wie läuft's denn eigentlich bei dir so he Meister ohne Bots und ohne Raketen geht auch nicht viel bei dir Pilze jetzt sind Pilze wichtig ja einer ist okay drei wären besser gewesen diese Kurve ich kann die nicht nehmen hallo dann hätte ich Hold'n ach ist so schlimm ja ne ne ich hab nicht kommentieren aber für mich sowas die rote an diesem käse die map ist so möglich aber egal sagt nichts ich schwöre die wenn wir fahren kannst du gar nicht damit die schuld die map ist müll fertig aus wer war das geschenkt ich schenke nicht wegen dir was gesagt du willst aber auch im sechsten siebten auch sehr wohl heute gell wie kann man denn hier früher landen junge da krieg drei rote ins gesicht werde nicht mehr ich noch nie wieder irgendwie in story das ist ein bisschen nein ruhe okay sascha drückt man nicht deine hupe die falsche richtung das soll ich dann einfach wieder auf letzter werden wir machen davon ja ich krieg eine münze als erster guck mal guck mal guck mal ich bin ein die märche sind sehr geil digga aber ich bin so sauer ich bin so sauer wenn die zu laufen nein welche dritte war das ich habe nein 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 50 Euro mal ich will ganz kurz pinkeln das hat mich wahnsinn pasch ich hoffe ich meine tage ist gut